Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkseiders 2. Wir müssen zu Aliyah ihr Bescheid geben, dass wir die Schmiede intakt gesetzt haben, beziehungsweise den Kessel. Und deswegen gehen wir mal weiter. Schnelle Reise zu entdeckten Orten auf ihrer Karte. Drücken Sie, um auf die Weltkarte zu gehen. Okay. Ah, okay. Der Kessel. Die Narbe. Oder? Oder wollen müssen wir? Unheilforst. Schmiede. Gießerei. Gut, wollen muss ich überhaupt? Ich würde sagen, wir müssen zur Gießerei. So. Was mache ich dann? X für die schnelle Reise. So. Ja. Sehr gut. Okay. Errungenschaft Pferdensucher. Sehr nett. Ja, wir spielen sie ja über Steam, ne? So, und jetzt soll ich zu Aliyah. Wo auch immer sie nochmal war. Mal gucken. Da ist sie. Ja, ich weiß nicht mehr dem gelben Punkt folgen, aber ich achte nicht so sehr auf die Karte. So. So, hi. Hey, Reiter, das Feuer des Bergs fließt wieder. Ja, befreit euch meine und Karns Hand. Karn? Karn? Dieser Bub? Er hat keine Ahnung. Und doch. In der Schmiede brennt es wieder. Du weißt, was dich erwartet, Reiter. Um dies zu Ende zu bringen, musst du die Tränen wieder fließen lassen. Ich bin nicht ein Laufbursche, Herr Schafferin. Richtig. Aber unsere Schicksale sind nun verwoben. Hilf uns, dann helfen wir dir. Nimm dies in der Zwischenzeit. Sie könnte nützlich sein. Oh, ich habe eine Pistole. Wie schön. Okay. Ich kenne diese Pistole. Sie gehört meinem Bruder Streit. Wie kamen sie hierher? Ich kann es nicht sagen. Aber hier sind noch andere Dinge, um die wir handeln können. Lass die Tränen fließen. Und komm wieder. Du sagtest, zwei Dinge betreiben eure Schmiede. Feuer und Tränen. Ja. Feuer, um die Erde zu wecken. Und Tränen, um sie zu beruhigen. Beides Geschenke des Steinfaters. Dann wird Feuer nicht reichen. Nein. Wir brauchen beides. Wo kann ich die Tränen finden? Wo kann ich diese Tränen des Berges wohl finden? Im Westen, am Fjord vorbei und in die Gussfestung. Darin findest du die Tränen. Schau dich um. Wir haben neue Ware. Boah, ist die teuer. Übelst. Mädel. Das ist doch ein Witz. Ah. Aber ich kann einen Fähigkeitspunkt verteilen. Das gefällt mir. So. Mal sehen. Was machen wir denn Feines? Ich würde sagen. Wir bauen das mal weiter aus. Genau. Und gehen weiter. Denn wir sind leider erst Stufe 4. Und ich muss auf Stufe 5 sein, um den Ersatz für diese schöne Axt zu schwingen. Leider. Eine schnelle Waffe nämlich. So. Mal sehen. Also es sollen Tränen fließen lassen. Auch gut. So. Sekunde. Mal sehen, was die Schnellreise macht. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ja. Äh. Jo. Da muss ich eh hier lang laufen. Aber ich gehe keine Wahl. So. Okay. So. Ist der blöde Baum mit Auge? Stein-Vaters-Tag. So. Gut. Gut. Dann schauen wir mal, was wir mit der Waffe so ausrichten können. Wir haben versucht, das Verderben einzusperren, aber es kam nichts Gutes dabei heraus. Tränen des Bergs. Was kannst du mir über die Tränen des Berges sagen? Die Gussfestung liegt gleich hinter dieser Barriere. Sie war das Erste, was dem Verderben anheim fiel. Wir haben die Tränen des Stein-Vaters darin versiegelt, denn wir fürchteten uns vor dem, was passieren könnte, wenn sie sich verbreiten. Wenn ich Aliyah ihre Bitte erfülle, werden wir es bald herausfinden. Richtig. Und das Reich wird andere Zeiten erleben. Ob rein wie Regen oder schwarz wie Sünde, die Tränen werden diesen Stillstand beenden. Solltest du nicht unterwegs sein? Es ist seltsam, wie oft ich dich untätig vorfinde. Ohne den Baum des Lebensreiters bin ich hier genauso gefangen wie du. Ein paar glückliche konnten entkommen, bevor der Baum verloren war. Zum Beispiel Ultan. Ultan? Und wer ist Ultan? Nur ein weiterer Erschaffer. Hat einen großen Hammer, das ist alles. Als er floh, fürchtete ich mich ihm zu folgen. Und das war gut so. Und warum? Nun, ohne meinen Witz und meinen Mut, würdest du vielleicht noch immer den Kessel suchen. Ah, ja. Gut. So, sehr schön. Dann würde ich doch gleich was sagen. Lauf weiter, Reiter. Ich ruhe mich etwas aus. Ja, genau. Vom Rumstehen, ne? Feigling. Wir gehen weiter. Und? Keine Gegner. Mano. Uh, Schattenklamm. Das hört sich doch direkt mal interessant an. Ja, ein kleiner Ladevorgang. Muss auch mal sein. Komm. So. Okay. Ich würde sagen, ich stirb. Okay. Das kann ich so nicht töten. Das sind die Stechviecher, wo die Stiche so übel sein sollen. Das ist die Stechviecher, wo die Stiche so übel sind. So, das wollte ich und nehmen. Ja, ja. Die Gegner werden auch nicht langsamer. Sag mal, wo ist denn jetzt eigentlich diese Pflanze? Da. Ich trug sie B, um kleine Fenschle zu töten. So, kommt schon. So, komm. Ja. So, wie sie es gehört. Das war so das Wespennest sozusagen. Sehr interessant. Und, so. Und. Bah. Okay. Auf da. Was ist das? Und hier lassen Sie mich in Ruhe. So, komm her. Komm. Ja. 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 Scheiß Mistviecher. Kommen die von hinten angesprungen? Okay. Weiter geht's. Soll ich jetzt da runter? Ah, da ist was. Hallo, Mainz. Okay. Weiter geht's. Okay. Also hier wirkt es schon wieder fast wie am Anfang. So ein bisschen eisig. Der Fjord. Okay. Aber schöne Landschaft. Muss man schon sagen. Okay. Okay. Ich gehe mal lieber hier lang. Und. Und. Komm auch noch. So. Gehen wir mal weiter. Schauen wir uns um. Okay. Da komme ich irgendwie hoch. Von dort aus. Hier können wir hochlaufen. Okay. Okay. Okay, so komme ich nicht da dran. Kann ich es vielleicht abschießen? Kriegst du durch? Nö, auch nicht. Oh, was ist das? Oh, hallo Fleischling. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich wollte gerade fragen, wer du bist. Oder eher was. Ich heiße Schwarzenwurz. Und ich habe Hunger. Und worauf genau? Nur auf die besten Steine. Okay. Ich kann diese Leckerbissen anlocken. Aber es ist Jahrhunderte her, dass welche in Reichweite waren. Ich muss hier auf meinen Herrn warten. Ich werde verhungern, wenn mir niemand hilft. Dein Volk steht am Rande der Vernichtung. Und du bittest mich, dich zu füttern? Wenn es nicht so viele Umstände macht. Nimm das. Es wird den Stein zu dir führen, sodass du ihn mir bringen kannst. Dann werde ich ihn mit großem Vergnügen essen. Und ich werde dich belohnen. Das finde ich gut. Und doch, dann weiß ich jetzt, wofür die Dinger gut sind. Gut. Kreationen essen. Du isst? Ich bin nicht wie andere Kreationen. In meiner Gestalt hat das Leben Wurzeln geschlagen. Ich muss gefüttert werden, sonst wird es mich verzehren. Wie lange bist du schon hier? Ich sammle meine Kraft seit Jahrhunderten und meine Wurzeln reichen tief. Das ist mein Problem. Was ist mit deinem Herr? Von ihm rede ich nicht. Ich erinnere mich auch nicht an ihn. Er verließ mich vor Äonen. Jetzt bin ich hier gefangen. Okay, ich habe einen Lockstein. Jetzt müsste ich das Ding anlocken können. Wie auch immer. Der Lockstein verbindet sich mit einem beliebigen getroffenen verzauberten Stein und zieht diesen zum Besitzer hin. Schießen Sie mit Erlösung auf den verzauberten Stein, um ihn zu erwecken. Der Lockstein macht den Rest. Oh, das, was ich eben gemacht habe. Nur, dass ich jetzt den Lockstein habe. Hallo? Nee. Was sollte eigentlich hinhauen? Okay. Er macht es aber nicht. Ach, oder meint er das? Ah, okay. Dafür sind diese blauen Dinger gut. Dann fütter ich dich mal. Oder auch nicht. Er will jetzt wahrscheinlich so ein paar Zilliardenstück. Was? Okay. Hm. Ich möchte den haben. Gut. Aber, bevor wir jetzt weiterspielen, würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei Darksiders 2.